So, und weiter geht's! Welche Waffe nehmen wir denn? Welche Waffe nehmen wir denn? Welche Waffe nehmen wir denn? Nehmen wir mal eine andere. Wie ist die so? Fällt mir nicht. Wie ist die so? Fällt mir nicht. Wie ist die so? Fällt mir nicht. Ich bleibe der. Ähm, dann heil ich mich mal. Hey! Oh, ja! Hm, Coach, komm. Dr. Nick macht das schon. Dr. Nick. Und wer noch? Alice. Da jetzt alles nicht selber macht. Aber was soll's. Zack. Und Roach. Pass auf dich auf, damit das hier nicht umsonst war. Och. Oh, jetzt geht's mir gut. Hm, dir geht's gut. Aha. Hm, dir geht's gut. Hm, dir geht's gut. Hm, dir geht's gut. Du, du, du. Mal eine schnelle Runde. Oder auch nicht. Ich hab wieder keine Muni mehr. Okay. Okay. nicht mehr Schau mal wieder die ganzen Häuserle dürfen. Nö, nix. Auch ihr macht dann schon. Ich guck mal. Tabletten. Nichts. Ja, ich guck ja grad. Angst. Ey, die Häuser sind so geil eingeräumt. Steht da gar nix drin? Nichts steht drin. Hoi, Bambli. Ne, mich da. Steht da einer am Tor? Liegt da einer am Tor? Nö. Bad. Headshot. Boom. Headshot. Will ich das nochmal zusammen? Ja. Ah, da oben ist was. Da gehen wir doch dann gleich mal rauf. Hi. Lade. Lade. Lade nach. Ich hör'n Saki. Ich auch. Was machst du denn? Du schaust da oben. Ich geh'n Saki. Ich geh' mal lieber auf die Pumpe. Ich sieh' zwei. Da kommt was. Lade nach. Aufpassen. Lade nach. Lade nach. Das Ziel ist hier für die Waffe ist. Der ist perfekt. Ich nehme jetzt mal wieder die da. Munition. Und ich meine Hinschmissen. Jeder schnappt sich ne Waffe. Lade nach. Lade nach. gehen wir die straße runter kann einer kurz schließen schließe traktor kurz komm 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 wir fahren sie einfach rum woher wissen die eigentlich dass sie zu diesem haus müssen vergebildet stil hier ja und er brüllt natürlich wiederum aber auch ihr taub sind ihr könnt ihr kurz auch klettern ich habe alle ab das war's das meistens oder die rüchte die das ist Wie hast du denn das gemacht? Ich mag dir doch gerade den Kopf abkauen Ich will nämlich Boomergott sein Stopp! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Wir hauen euch los! Cool! Drei Rad! Schweres... Cool! Will ich unbedingt! Ne, ich bleib bei der Lade nach! Äh, hallo? Bonjour! Ah, tut echt sehr gut, hier mal wieder eine menschliche Stimme zu hören! Wo seid ihr? Auf ne Plantage mit nem Tor! Gut, alles klar! Ich komme jetzt! Und Röderk nicht weg! Okay! Ich weiß, was passiert! Ja, ich weiß! Ich geh mal zum Maschinengewehr auf! Kommt bloß hinterher, ihr drei! Ihr müsst mich nach hinten verteidigen! Kommt her! Ihr müsst auf mich aufpassen! Okay, äh, wie komme ich hier nochmal raus? ich geh mal wieder an die große oder auch nicht doch ich bleib einfach mal an der großen die kommen alle von hinten nochmal der ist runtergefallen hab dann gesehen ich lade auch mal nach ist doch was? nein oh god forget it tanky tanky boy oh fuck schade ich lade schon mal ein ich lade kleiner Muntermacher also ich hab das ja schon mal gespielt aber waren alle tanks bis jetzt da unten Oh, Incoming. Ihr sollt auf mich aufpassen. Wehe, von hinten kommt irgendwas. Fuck, jetzt ist hier gleich überhitzt. Da kommt nichts. Kommt auch. Wann ist der da? Wann ist der da? Mensch, Mensch, Mensch. Wann ist der da? Wann ist der da? Wann haben wir noch einmal einen Tank? Achtung! Wann ist der da? Ja. Wann ist der der da? Wann ist dein Kauffloß? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Fuck! Scheiße, kommt runter! Kommt runter! Kommt her! Hilft mir auf! Noch ein Tank? Das kannst du haben. Keine. Okay. Das Tor ist auf! Gerade noch! Abwarten! Vor sich! Zum Boot! Auf den Tag! Feuer! Ab zum Boot, 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 ab zum Boot. Gott sei Dank geschafft. Ich denke, ich schmeiß noch mal Steiner.